Wie kann man die ganzen Sachen überall unterbringen und wie kann der Kunde die auch vernünftig sehen. Deshalb haben wir die ganzen Fußböte rausgesessen, alles mit einem nagelneuen Tresen hier versehen und alles perfekt eingerichtet, sodass der Kunde, wenn er jetzt reinkommt, ab heute ist ja wieder richtig voll geöffnet, dann kann er nämlich auch mal schauen, was es hier alles zu bewundern gibt.